So, endlich kann ich wieder eine meiner wöchentlichen Lieblingsvideos machen und gleich drei diese Woche, nämlich die Vorschau voraussichtlicher Aufstellung, wie wird der Gegner wahrscheinlich spielen, wie wird Hertha wahrscheinlich aufstellen, wie würde ich aufstellen, wenn ich mir es aussuchen dürfte von außen betrachte. Und was sind meine Tipps zum Bundesligaspieltag, das Video gibt es jetzt hier wieder, ich freue mich so, dass es jetzt wieder losgeht, ich hoffe, dass wir einen richtig positiven Start hinlegen können, um dieses positive letzte Gefühl umzuwandeln, um vielleicht dann in so einer Welle zu schweben, wenn euch dieses Video interessiert, bleibt gerne dran, ich habe mich sehr viel mit Bochum jetzt im Vorhinein beschäftigt, weil ja viel Zeit war, so viel Zeit wird wahrscheinlich gar nicht sein vor dem Wolfsburg- und Unionsspiel, aber deswegen mal gucken, wie lange dieses Video geht, ich habe auf jeden Fall Bock, bleibt gerne dran, wir sind heute ab. 19 Uhr live mit dem guten Flo von der Strickloge, dann sind wir später noch live gucken, das Vorstellungsinterview von Niederlechner, ganz viele andere Hertha-Videos, vielleicht noch das Interview von Baumgart, wir machen Tabellenrechner, also wird ein sehr, sehr langer Stream heute, ich hoffe, ihr habt einen Mittagsschlaf gemacht oder ihr müsst halt mal ein bisschen weniger Schlaf in Kauf nehmen, wird nämlich sehr, sehr interessant. Und ich verlose heute zweimal, ich hatte im ersten Video gesagt, einmal zweimal zwei Hertha-Tickets im Block P1 gegen Wolfsburg am Dienstag um 20.30 Uhr, also wenn ihr da teilnehmen wollt für euch selber, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid, dann könnt ihr jemanden mitnehmen und kostenlos am Dienstag euch Hertha reinziehen. An dieser Stelle nochmal riesen Dank an Hertha BSC, dass sie mir das zur Verfügung gestellt haben, da hatte ich mal nachgefragt, ob sowas nicht mal möglich wäre und jetzt haben sie es gemacht und finde ich richtig, richtig coole Sache. Ihr schreibt ja öfter mal rein, dass manche sich im Moment einfach keine Karten leisten können und vielleicht ist ja gerade für solche Leute das eine coole Sache. Oder eben für Leute, die sich nicht überwinden konnten und jetzt mal was gewinnen, dann hat man vielleicht doch Bock. Also ich freue mich auf jeden Fall auf diese Verlosung. Lasst uns anfangen. Ja, erstes wichtiges Spiel nach der Winterpause gehört ja noch zur Hinrunde, das heißt, wir haben jetzt 14 Punkte nach 15 Spielen. Wir können ja die rein rechnerisch, hatte auch einer in der Pressekonferenz von Hertha gesagt, rein rechnerisch können wir mit zwei Siegen gegen Bochum und den VfL Wolfsburg am kommenden Dienstag ja noch die Halbserie beziehungsweise die Hinrunde mit 20 Punkten abschließen, dann wären wir ja absolut im Soll. Dafür muss natürlich einiges passieren, aber ein Sieg in diesem wichtigen Sechs-Punkte-Spiel wäre natürlich absolut essentiell. Die Bochumer zwei Plätze hinter uns auf Platz 17, wir sind auf Platz 15, sie haben 13 Punkte, wir haben 14 Punkte. Ja, wie spielen die Bochumer? Eigentlich, gerade jetzt unter Leitsch, wo der Erfolg sich wieder eingestellt hat unter dem neuen Bochum-Trainer. Spielen die Bochumer ähnlichen Fußball wie wir, muss man ganz ehrlich sagen. Sie spielen aus einer sicheren Defensive ab und an mal mit langen Bällen, gut, damit arbeiten wir jetzt nicht so viel, haben relativ wenig Ballbesitz. Wenn man sich die Statistik anguckt, im Schnitt 43,8% Ballbesitz über die ersten 15 Spiele zu Hause, ein bisschen weniger sogar als auswärts. Und wir haben ähnlich wenig Ballbesitz, nämlich 42 und versuchen dann eben über Umschaltmomente Chancen zu kreieren. Also wenn man Raum hat, um mit den schnellen Außen vor allem auch zu agieren, das ist beim VfL Bochum nicht groß anders. Also man überlässt da gerne den Gegner den Ball, um das Spiel zu machen, um dann eben mit Konternadelstichen oder eben frühen Ballgewinnen sich Chancen zu erarbeiten. Das heißt, es treffen eigentlich zwei Leute auf, die sagen, hier nimm du mal den Ball und wir kontern. Dann wird es interessant sein, ob Bochum dann der Heimrolle gerecht wird zu Hause und das Spiel mal an sich reißt oder ob wir halt sagen, ey, wir wollen unser positives 2-0 gegen Köln jetzt noch verbessern. Wir wollen mit einer guten Ausgangslage in die englische Woche gehen und wir nehmen das Spiel mal an uns. Für jeden der beiden Mannschaften besteht dann natürlich Gefahr, dass der Gegner genau seine Stärken ausspielen kann. Von daher rechne ich eigentlich mit einem sehr, sehr kampfbetonten Spiel. Wir sind ja sowieso viertbeste, was die gewonnene Zweikampfquote in der Bundesliga angeht. Das musst du auch erstmal schaffen für ein Team im Abstiegskampf. Wir haben da ein bisschen mehr als 51 Prozent gewonnene Zweikämpfe im Schnitt. Ja, also wie wird das, es ist eigentlich prädestiniert für ein Unentschieden, muss man sagen, oder für ein sehr, sehr abwartendes Spiel. Ja, die Bochumer, andersrum, haben drei Heimspiele in Folge oder in Serie, wie man es auch benennen möchte, gewonnen. Gegen Frankfurt, gegen Union und gegen Gladbach. Also auch gegen drei Teams, die in der Tabelle deutlich besser dastehen und wollen natürlich den vierten Heimsieg in Folge einfahren. Außerdem hatten sie auch vor der Winterpause den ersten Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten FC Augsburg zu verzeichnen. Und warum sollten sie jetzt ihre Spielweise anpassen, um gegen Hertha zu gewinnen? Das hat ja schon mal dreimal gegen die Großen geklappt. Andersrum hat Bochum eben auch gerade gegen die Großen eben besser gespielt, weil sie eben dann die Räume nutzen konnten, ein Umschaltspiel zu Hause mit den Fans im Rücken. Und bei uns sah es ja auch nicht anders aus. Also wir haben uns teilweise schwergetan, auch wenn wir dort gewonnen haben. Gegen Augsburg sah es ja lange Zeit echt düster aus, weil die das Spielniveau auch immer so runterreißen. Auch gegen Bremen sah es nicht gut aus, auch wenn die jetzt weiter oben in der Tabelle angesiedelt sind. Auch gegen Schalke sah unser Spiel nicht gut aus. Wir haben zwar gewonnen. Eigentlich gut ausgesehen haben wir ja vor allem gegen die starken Gegner. Ob das jetzt Leverkusen war, die auch halt weiter unten in der Tabelle sind, aber die eben offensiven Fußball spielen. Ob das gegen Freiburg war, gegen wen haben wir noch gut ausgesehen, gegen einige anderen Gladbach zum Beispiel auch. Also da haben wir eigentlich ganz gut ausgesehen. Und ähnlich sieht es eben bei den Bochumern aus. Ich bin gespannt, wie so ein Duell dann eben wird. Die Bochumer spielen auch, also wir haben ja eigentlich zwei Kanten in der Innenverteilung, vor allem Rochel. Auch einen Mann, der sollte am besten Philipp Hofmann decken, der sehr, sehr kopfballstark ist. Hatte ich ja in der Hinrunde schon mal gesagt, so einen Spieler brauchst du eigentlich, wenn du wenig Ballbesitz hast und auch mal mit einem langen Ball arbeiten willst. Weil der kann super Bälle festmachen mit seinen 1,95, mega kopfballstark. Und der gewinnt nicht einfach nur die Kopfballduelle, sondern er leitet die Bälle dann auch gut auf die Außen weiter oder spielt gut zurück, lässt Tropfen und so weiter. Der kann den Ball auch gut verarbeiten. Oft ist es so, dass sie mit langen Bällen spielen. Oft ist es so, dass sie zweite Bälle versuchen zu erobern im vorderen Drittel. Ganz oft ist es auch so, dass Riemann, wenn er den Ball mal hat, der Torwart, der Bochumer lange Abschläge macht auf Hofmann. Und wir sollten dann unbedingt, finde ich, Rochel, der ja nun mal eine Kante ist, der nah am Gegenspieler ist, der vielleicht im Spielaufbau und fußballerisch seine Schwächen hat, aber der eben stark ist in der Zweikampfführung. Und eigentlich musst du den gegen so einen Brecher wie Hofmann setzen, meiner Meinung nach. Ja, die Bochumer generell unter Leitsch, unter dem neuen Trainer, auch vorher, muss man mal ganz ehrlich sagen, wie viele von uns, die Fußball beobachten, haben gesagt, gerade dann, als auch diese 7-0-Niederlage von Bochum gegen Bayern zu Hause kam und so weiter. Die Bochumer sind das neue Gräuter Fürth, die haben ja sowieso den geringsten Marktwert laut Transfermarkt.de, haben die geringsten finanziellen Möglichkeiten vielleicht, wobei es bei Vereinen wie Schalke und Hertha vielleicht auch nicht besser aussieht, weil wir haben dafür mehr Schulden. Aber ja, es sieht finanziell eben, man macht das Beste aus den Möglichkeiten quasi und viele haben dann eben gesagt, inklusive mir, es wird das neue Fürth, die sind als Absteiger sicher. Und dann kam eben der Trainerwechsel, obwohl ja Reis eigentlich für mich auch ein guter Trainer ist, er ist dann gewechselt oder wurde gegangen und Leitsch kam. Und seitdem der neue Trainer da ist in Bochum, haben sie aus acht Spielen zwölf Punkte geholt. Das, denke ich mal nicht, wird jetzt die gesamte Saison so weitergehen, weil dann hättest du 1,5 Punkte pro Schnitt, hättest du, wenn du eine gesamte Saison gerechnest, irgendwie 31, nee, 34, noch 51 Punkte. Gut, die ersten Spiele sind dann mal weggerechnet, aber das glaube ich jetzt mal nicht, dass es so weitergeht, aber du weißt es ja nicht. Am Ende haben sie jetzt auch das erste Mal mit dem neuen Trainer eine komplette Vorbereitung bestritten. Da waren auch viele Spieler dabei, was bei uns ja nicht anders ist. Wir sagen bei uns, ein Boetius konnte das erste Mal die Vorbereitung richtig mitmachen, ein Konga konnte das erste Mal die Vorbereitung richtig mitmachen, auch eine Juke, auch wenn er jetzt verletzt ist, konnte das erste Mal eine Vorbereitung richtig mitmachen. War bei dem Bochum auch nicht groß anders. Die haben sich sogar noch verstärkt, die haben für mich clevere Transfers getätigt, waren ja vor allem in der Abwehr relativ anfällig, haben da mit einer Laie von Kevin Schlotterbeck sicherlich einen sehr guten Mann geholt, der auch direkt von Anfang an bei der Vorbereitung zur Verfügung stand, genauso wie Kunde, der auch leihweise aus Pireus kommt und ja schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat mit Mainz. Ich weiß gar nicht, ob Sandro Schwarz noch ihn trainiert hat, vielleicht kennt er ihn ja sogar noch. Also da haben sie sich auch gut verstärkt, vor allem eben auch gegen den Ball und konnten eben mit ihrem neuen Trainer eine komplette Vorbereitung das erste Mal machen. Wir hatten mit unserem Trainer schon eine komplette Vorbereitung, aber auch bei uns gab es eben Spieler, die wie gesagt nicht dabei waren. Und wir haben eben auch Spieler, Niederlechner wird jetzt nicht zur Verfügung stehen wie in Gangkamm, die vorher eben gar nicht zur Verfügung standen. Nach neuesten Informationen, also die Pressekonferenz ist erst morgen, da werden wir erst erfahren, wer noch alles fehlen wird, wird jetzt bei den Bochumern zum einen Gamboa ausfallen, der hat irgendeine schwerwiegendere Verletzung und einer der eigentlichen Gewinner der Vorbereitung in Bochum, nämlich Janko, der ihn vielleicht so oder so ersetzt hätte, selbst wenn er nicht verletzt wäre, hat sich wohl die Nase gebrochen, wäre vielleicht spielfähig, aber steht eben auch noch nicht so fest. Ansonsten hätte man noch einen jungen Mann mit Öhrmann, der ist erst 19 Jahre jung, hat vier Einsätze bisher bestritten, der könnte auf der Rechtsverteidigerposition spielen oder eben Osei Tutu, der hat 13 Spiele zweimal gemacht, aber der ist auf jeden Fall deutlich offensiver. Aus meiner Sicht können mich die Bochumer gerne korrigieren, einzuordnen, als eben vielleicht ein Janko oder ein Gamboa. Es ist halt die Frage, ob das die Bochumer wollen. Die überlegen jetzt sogar laut verschiedenen Medienberichten darüber nach, auf der Rechtsverteidigerposition nochmal was zu machen. Außerdem fällt bei ihnen Stalfelidis und der Ersatzkeeper Michael Esser aus. Lise Mousset, der ja als Sturmhoffnung kam und überhaupt keine Rolle gespielt hat bei dem Bochumann, der wurde ja während des Trainingslagers suspendiert, sodass man schon dachte, naja, das Trainingslager läuft da auch nicht so richtig, aber der hatte wohl immer schon Probleme, körperlich fit zu werden, Übergewicht und so weiter. Und ich glaube, dass die Suspendierung da nicht für Unruhe gesorgt hat, sondern eher eigentlich Ruhe reingebracht hat in den Klub, sodass ich das nicht als große Schwächung sehe. Bei uns ist es so, oder komm, wir machen es so. Wir schauen uns erstmal die voraussichtliche Aufstellung des VfL Bochum an. Der VfL Bochum, ja, da haben sie natürlich einiges an Möglichkeiten. Wenn man sich jetzt mal die Vorbereitungen anschaut, da würde uns Hertha-Fans wahrscheinlich Angst und Bange werden, wobei, wie sehr sind Testspiele einzuordnen? Die haben ja sowohl Testspiele noch im alten Kalenderjahr gehabt, als auch im neuen Kalenderjahr. Dazu muss man aber sagen, sie haben tatsächlich kein einziges Testspiel gewinnen können, auch nicht gegen Unterklassiker. Also ich zähle mal auf, was noch im Dezember war. Bochum gegen Zwolle, kennen wir ja aus der Ehredevise, 1-3 verloren. Bochum gegen KSC aus der 2. Liga auch noch im Dezember 1-2 verloren. Paderborn gegen Bochum, 16. Dezember 1-1. Bochum gegen SV gegen Werl, 0-2 verloren. Und im Januar dann gespielt gegen Grashopper Zürich, 1-1. Dann gegen, ich glaube aus Ungarn sind die, die aus Göri, 0-3 verloren. Und das letzte Testspiel dann gegen Luzern 1-1 gespielt. Also uns würde da wahrscheinlich Angst und Bange werden, andersrum. Du weißt ja nicht, wie ist die Trainingsintensität. Die Bochumer waren wahrscheinlich auch kaputt, einfach nach dieser Hinrunde, wo man dann die Testspiele hatte. Wir haben uns ja auch nicht mit Ruhm bekleckert in den Testspielen, sage ich mal, in Klagenfurt bei dem Turnier da teilweise gegen unterklassige Mannschaften. Da war man auch einfach durch. Und im neuen Jahr haben wir dann die Testspiele zwar gewonnen, aber hauptsächlich gegen Jugendmannschaften. Der einzige Härtetest, wenn man das so will, war gegen Millionarios aus Kolumbien. Haben wir auch nicht in dem Sinne gewonnen. Und wie viel sagen Testspiele aus? Ich sage immer nur, dieses eine Spiel, wo wir gegen Liverpool, die ja nicht mal mit schlechten Spielern ankamen, wo wir da 4-3 gewonnen haben. Und am Ende war das die Saison, wo wir um die Relegationen gespielt haben. Also das darf man nicht zu hoch hängen. Ich denke mal, das könnte die Aufstellung der Bochumer werden, wenn man so davon ausgeht. Die haben natürlich auch noch einiges an Flexibilität. Im Tor auch jemand ist natürlich gesetzt, links Soares. Schlotterbeck wird wahrscheinlich direkt spielen, um die Innenverteidigung zu sichern. Ordetz konnte jetzt auch erstmal die richtige Vorbereitung mitmachen. Der soll wohl auch stark drauf sein. Dann Janko oder eben die erwähnten Ersatzspieler. Gamboa fällt ja da aus. Kapitän Lucia eben im defensiven Mittelfeld. Und dann auf der Doppel-Acht Förster und Stöger. Wobei man auch davon ausgehen kann, dass ich denke mal, dass Kunde nicht direkt spielt. Kann aber auch sein. Kunde ist für mich auch einer, der ist jetzt vielleicht nicht der Mann, der extrem torgefährlich ist. Aber das sage ich mal nicht zu laut. Nicht, dass er am Ende dann gegen uns trifft. Aber der könnte zum Beispiel auch für einen Förster aktiv werden. Ansonsten auf den Flügeln, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Asano, in der Hinrunde viel ausgefallen. Dementsprechend noch keine Torbeteiligung in sechs Spielen. Aber war ja glaube ich auch bei der WM. Aber er hat ja nicht sogar gegen Deutschland getroffen. Und der hat natürlich schon Fähigkeiten, Unterschiedsspieler zu sein. Da muss man aufpassen. Müssen wir gleich mal gucken, gegen wen er dann auf der Seite wahrscheinlich bei uns spielen wird. Und auf der linken Seite kann es halt entweder Antwi Ajay machen. Der hat in zehn Spielen zwei Tore, zwei Vorlagen gemacht. Oder Gerrit Holtmann, der ja auch mit einem wahnsinnigen Speed kommt. Den hatte ich ja öfter schon mal für Hertha vorgeschlagen. Ist ja vor allem letzte Saison komplett aufgeblüht. In dieser tollen ersten Bochumer Saison in der Bundesliga. Die Saison hat er sich noch nicht ganz durchsetzen können. Hat aber trotzdem drei Sympathien gemacht. Ein Tor und eine Vorlage. Vielleicht ist der auch eine Möglichkeit, dass man ihn reinbringt, um noch mehr Tempo reinzubekommen. Und vorne sollte Hofmann eigentlich gesetzt sein. Der hat 15 Spiele, vier Tore gemacht und eine Vorlage. Ansonsten, wer natürlich auch noch spielen könnte, dann müsste man das System aber umstellen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich denke, es wäre eher einer, der von der Bank kommt, ist Zoller. Der kann natürlich auch vorne drin spielen. Aber gerade weil Bochum mit langen Bällen spielt, denke ich schon, dass die Bochumer da auf Hofmann setzen. Den Ex-Karacela, der die Bälle festmachen soll. Zoller ist vielleicht ganz gut, so wie bei uns, mit Jovetic zu vergleichen. So als hängende Spitze, der da so ein bisschen Freiraum hat, um den eigenen Stürmer oder um die gegnerischen Innenverteidiger rumzuschleichen. Hat aber immerhin in dieser Saison Zoller auch schon in 14 Spielen drei Tore gemacht und eine Vorlage erzielt. Also so könnte ich mir vorstellen, spielt der VfL Bochum. Bei uns ist es so, wie gesagt, die Pressekonferenz der Bochumer ist erst morgen. Unsere Pressekonferenz war heute. Leider haben sie nicht gesagt, der Auswärtsblock ist ja komplett ausverkauft. Da hatten ja einige sogar von uns noch Karten gesucht und haben keine mehr bekommen. Das Stadion an sich ist auch komplett ausverkauft. Es kann ein schöner Hexenkessel werden. Bochum sowieso ein geiles Stadion. Liebe ich, war ich ja auch schon öfter da. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Fans von uns kommen werden. Wird man ja dann vielleicht im Nachgang nochmal hören. Ich denke, da werden auch einige sich Tickets erschlichen haben außerhalb des Gästebereiches. Weil da war ja der Andrang echt groß. Wobei, glaube ich, Bochum die Tickets auch nur für Mitglieder zur Verfügung gestellt hat. Zumindest im Heimbereich. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht über den zweiten Markt rankommen kann. Also wir wissen leider nicht, wie viele Auswärtsfans uns begleiten. Das wurde jetzt nicht geschätzt. Bei uns fehlen natürlich sehr, sehr schwerwiegend zum einen Ejuke auf der linken Seite und dann ausgerechnet auch noch Luke Bakio auf der rechten Seite. Luke Bakio ist ja für uns der absolute Unterschiedsspieler in der HIN-Serie. Mit seinen sieben Toren und zwei Vorlagen in der Bundesliga. Und Ejuke hat zwar noch kein Tor erzielt und nur drei Assists. Aber der könnte halt hier auf der linken Seite dann eben, je nachdem, wer auf der Rechtsverteidigerposition spielt bei dem Bochummann und auch Asano dazu zwingen, dass er zwei Gegenspieler auf sich zieht, um dann eben für Platz zu sorgen für den Außenverteidiger von uns. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und Sona ist weiterhin im Aufbautraining, keine Ahnung, wann der mehr fit sein wird. Und der neue Niederlechner steht auch noch nicht zur Verfügung. Da hieß es ja erst, er wird für alle drei Spiele ausfallen. Das wurde jetzt erstmal noch nicht so bestätigt. Vielleicht kann er ja dann sogar gegen Union ran, was natürlich ganz cool wäre, so als Alternative. Ja, man konnte irgendwie, finde ich, also so interpretiere ich zumindest mal so, einiges raushören bei Sandro Schwarz und interpretieren. Er sagte auf jeden Fall, es wird eine gute Stimmung werden, es wird hitzig werden. Da bin ich auch von überzeugt, dass es ein sehr zweikampfintensives Spiel wird. Vielleicht nicht ein lecker bisschen für den neutralen Beobachter. Aber wer weiß, manchmal ergibt sich aus sowas ja auch eine Dynamik, wenn der eine das erste Tor macht, dass der andere mehr machen muss. Und dann gibt es ganz viel Umschaltfußball. Sowas kann auch passieren bei einem frühen Tor. Vielleicht durch einen Standard, dass der andere was machen muss. Dann macht man auf und dann hat man zwei Umschaltmannschaften. Dann geht es richtig ab. Ich denke aber eher, dass es wirklich ein kampfbetontes Spiel wird, wo es vor allem von der Spannung eben lebt. Und ja, wenn man dann so reingehört hat, wird Mittelstädt oder Plattenhardt spielen, braucht das jetzt nicht alles wiederholen. Ihr könnt euch die Pressekonferenz reinziehen. Dann hört sich das doch sehr danach an, als ob Platte, der wurde jetzt nicht als fehlend beschrieben, aber weil er eben nicht mit dem Trainingslager war und weil er eben auch noch eine Erkältung hier dann vor Ort hatte, nicht spielen wird und dass man da auf Mittelstädt setzt. Mittelstädt ja auch gerade erst verlängert. Sandro Schwarz sagte eben nochmal, ja, der hat da eine super Vorbereitung gemacht. Wir haben Vertrauen auf ihn. Der bringt auch super Dynamik mit nach vorne. Hat ja auch eine super Vorbereitung gemacht. Teilweise gegen die Amateurmannschaften auch richtig tolle Flanken geschlagen oder gegen die Jugendmannschaften in den Testspielen. Hat auch eine gute Hinrunde gespielt. Nach seiner Einwechslung gegen Köln war er richtig stark im letzten Spiel. Das hat Sandro Schwarz auch nochmal betont. Hat da auch nochmal betont, dass Platte ja auch da ausgewechselt werden musste. Also bin erst nicht davon ausgegangen, aber wenn ich mir die Pressekonferenz anhöre, gehe ich fest davon aus, dass bei uns ein Mittelstädt spielen wird. Ja, wie werden wir spielen? Das hier ist die Aufstellung, wenn man es als Generalprobe bezeichnen will, wie wir gegen die Millionarios gespielt haben. Das heißt, da würde es auch ganz gut passen. Im Torkristensinn wird Gesetz sein, genauso wie Kempf, Rochel und Kenny in der Verteidigung und eben Mittelstädt. Da gehe ich jetzt mal fest von aus, dass er spielen wird, wenn man sich das so angehört hat. Hier war ja kein Suat Serdar dabei. Zu Suat Serdar hat er sich in der Pressekonferenz auch so geäußert, dass ich da raushören würde. Vielleicht sind es ja auch nur Spielchen. Man will ja dem Gegner nicht seine Aufstellung verraten, aber zumindest das, was er gesagt hat, im Wortlaut auf die Frage hin. Ja, Serdar hat ja letztes Mal im Bochum zwei Tore gemacht. Spielt er? Er meint ja, ja, es ist super, das wissen wir auch. Aber es geht ja vor allem auch um den Matchplan. Wie will man spielen und was will man da für Spieler haben? Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er eben wie in der Generalprobe eben auch nicht in der Startaufstellung steht. Wir haben gespielt mit Boetius und Tussar. Boetius hat mir nicht gut gefallen auf dieser Position. Und vorne drin mit Boateng, der sicherlich seine Traummomente hatte, vor allem bei der Vorlage auf Tussar. Tussar sollte gesetzt sein. Ich glaube auch, dass er auf Boetius irgendwie setzen wird. Ja, das ist ja nun mal einer der Spieler, die er mag. Und er kann für meine Begriffe auch ein entscheidender Spieler für das letzte Drittel sein, wenn er eben seine Konzentration hochhält. Dann spielt er schon schöne Bälle in die Tiefe. Aber die kommen halt meistens bisher nicht an. Also da muss die Konzentration auf 100 Prozent sein. Boateng spielerisch natürlich absolut super auf der 10. Wir haben ja da im 4-2-3-1 gespielt. Die Frage ist gerade gegen so ein körperlich betontes Spiel, will man da oder kann man da einen Prince von Anfang an einsetzen? Wir haben es ja am Ende der Saison unter Magath auch gemacht. Da war er jetzt auch nicht super fit. Aber der hat alles rausgeholt. Und die anderen sind dann halt für ihn gelaufen. Dafür hatte man einen, der das Spiel im Zentralmittelfeld extrem geordnet hat, was schon viel ausgemacht hat dann in der Crunch-Time und auch in den Relegationsspielen. Extrem wichtig für uns gewesen. Aber ich glaube nicht, dass er länger als 50, 60 Minuten durchhalten kann. Aber es wäre ja auch nicht schlimm. Ich glaube irgendwie nicht, dass er mit Prince von Anfang an anfängt. Aber es könnte eben, wie gesagt, sein. Ich denke mal, Richter, rechts wird Gesetz sein. Links gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Kommen wir gleich noch zu. Er hat sich aber über Derry Sharon sehr gut geäußert. Er meinte, er ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf oder eben um später reinzukommen. Hat sich gut entwickelt, sagt er. Wobei mir das Testspiel, also das habe ich ja nur über 90 Minuten gesehen, gegen Millionarios hat er mir jetzt nicht so gut gefallen. Viel festgelaufen. Aber muss ja auch nichts heißen. Es war vielleicht auch ein anstrengendes Trainingslager. Mir hatte ja Dennis erzählt, dass er im Trainingslager in England wirklich im Abschluss einer der allerbesten war. Bisher hat er ja nur zwei Kurzeinsätze für uns bestritten. Ansonsten, ja, wer könnte da noch spielen? Könnte es natürlich rein theoretisch auch einen Boetius hinstellen. Hat er ja auch schon gemacht. Du könntest natürlich einen Maulida aufstellen. Wäre ich jetzt kein Freund von. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler, wenn jetzt einer sagt, hier Nada oder Axel Karl aus der U23, wird nicht passieren. Sonst wären die mit im Trainingslager gewesen. Manche sagen auch einen Gangkamp. Der hat ja auch früher schon viel Flügel gespielt. Könnte dann zum Beispiel über rechts kommen und Richter über links. Aber ein Gangkamp ist ja mittlerweile so ein Brecher mit seinen 1,85 und 1,87 Kilo. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen die Dynamik vielleicht für einen Flügelspieler verloren hat, um wirklich dieser schnelle Spritzige zu sein, den man auf der Außenbahn braucht. Ich finde, er ist dann doch eher super als richtig konkreter Neuner. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das passiert. Also für Scherren könnte, wie gesagt, Boetius auflaufen. Es könnte einen Maulida auflaufen. Rein theoretisch wäre es natürlich auch möglich, dass ein Mittelstädter spielt und Ulrich in der Linksverteidigung spielt. Glaube ich jetzt mal nicht. Wäre aber auf jeden Fall eine Überraschung wert. Es könnte auch sein, dass ein Jovetic da spielt. Hat er ja gerade in der Saison, wo wir gar keine Flügelspieler hatten, auch als er fit war, öfter mal gemacht. Wobei mir auch dort, auch wenn er ein fantastischer Fußballer ist, die Spritzigkeit fehlt und ich einen Jovetic eher in der Zentrale sehe. Also das könnte die Aufstellung sein. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass er vielleicht einen Prinz dann lieber später bringt, um das Spiel vielleicht zu ordnen, wenn es nicht geordnet ist. Boetius ist auf der 10 probiert. Er hat ja selber gesagt, Boetius ist eigentlich seine Lieblingsposition. Und dass man dann eben mit einem Toussaint und einem Junjic, der mir ja zum Ende vor der Winterpause immer besser gefallen hat, also er hat sich immer besser eingegroovt. Beim Trainingslager sah es manchmal so aus, als ob er nicht sehr motiviert wäre, aber er wurde ja immer besser. Also ich könnte mir auch so eine gute Doppel-6 von Toussaint und Junjic gegen den Ball vorstellen, wobei dann vielleicht so ein bisschen das Spielaufbau-Element mir fehlen würde, wobei Toussaint auch nicht katastrophal ist. Das könnte natürlich durchaus sein. Es könnte auch sein, auch wenn er sich jetzt anders da geäußert hat, könnte es sein, dass er mit Suat Serda und Toussaint auf der Doppel-6 spielt. Suat Serda eigentlich die beste Zeit bei uns, finde ich, gehabt unter Pal Dardai, wo er eben auf der Doppel-6 mit Toussaint gespielt hat. Die haben sich gut ergänzt. Toussaint eher so der Brecher, Suat Serda dann eher so der technisch Gute, der das Spiel von der Sechser-Position aufgebaut hat, öfter mal einen Ball fair gewonnen hat und dann gleich zwei, drei Spieler auf sich gezogen hat und dann eben das freie Spielfeld das letzte Drittel vor sich gehabt hat. Könnte auch sein. Ich glaube irgendwie, es wird auf diese Aufstellung, wie sie jetzt hier gerade ist, hinauslaufen. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre auch, wenn man jetzt sagt, Junjic hat vielleicht nicht gut trainiert, das weiß ich ja nicht, dass er es wirklich probiert, mit Toussaint und Boetius auf der Doppel-6 als spielerischer Sechser den Boetius zu nehmen und eben nicht Suat Serda und dann vielleicht Jovetic vorne rein zu machen. Der hat ja auch öfter gespielt, hat auch viel getroffen in den Testspielen und ist natürlich ein absoluter Unterschiedsspieler. Alleine wieder das Tor, wenn ihr euch daran erinnert, in Leipzig war ja ein ganz, ganz toller Abschluss, kann tolle Pässe spielen. Wenn er fit ist, ist der natürlich einer, den kannst du auch von der Bank bringen, dann bringt er auch noch viel, aber der wäre natürlich toll, vor allem, weil er dann auch mal, dann hast du halt auch mal einen auf der Zähne, der Konga perfekt mit tiefen Bällen in die Szene setzen kann oder selber mal aus der zweiten Reihe schießen kann, wenn Konga eben ein Loch in der Innenverteidigung gerissen hat. Fände ich auch mega interessant und könnte ich mir auch vorstellen, wie würde ich denn jetzt spielen? Bei Scherhand, ich würde es ihm mega gönnen und ich würde es auch mich freuen, mit ihm zu probieren. Könnte natürlich bei tiefstehenden Bochumann schwer für ihn werden, wenn er da die ganze Zeit gegen anrennen muss, weil, wie gesagt, auch Millionarios stand ja richtig gut hinten und da ist ihm teilweise nicht so viel eingefallen, aber ich sehe da keine interessante Alternative. Ich finde Jovetic auf dem Flügel nicht gut, ich finde Boetsis auf dem Flügel nicht gut und mit Maulida, auch wenn der auch getroffen hat beim letzten 3-1-Sieg in Bochum, würde ich trotzdem nicht aufstellen. Also dann würde ich es einfach mal mit Scherhand probieren und ihm einfach mal die 60, 70 Minuten geben und da muss Richter halt richtig Alarm machen auf seiner rechten Seite und eben der überdurchschnittliche Spieler sein. Nicht umsonst hat er ja damals 7 Millionen gekostet. Ich finde die Aufstellung, so wie sie ist, eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sich die jetzt hier so anguckt. Ich würde rein theoretisch vielleicht noch einen Boetsis tauschen mit dem Shunic, um ein bisschen mehr defensive Stabilität zu bekommen, weil du hast ja mit Jovetic schon einen sehr, sehr offensiven Spieler und weil mich Boetsis bisher auch in den Testspielen und in der Hinrunde einfach nie wirklich überzeugt hat. Aber andersrum glaube ich schon, dass Boetsis den nächsten Schritt bei uns machen kann und ein essentieller Spieler werden kann. Und vielleicht ist diese Kombination auf der Doppel-Sechs mit Tussar, diesem Rambo und diesem vielleicht manchmal zu filigranen, mit diesem filigranen Boetsis ist eine ganz gute Kombi gegen Bochum. Du hast hier Boetsius, Tussar und Jovetic, aber trotzdem glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, obwohl ich ja nie der größte Fan wäre, es erstmal mit Shunic auf dieser Position probieren. Und vielleicht wäre ich sogar so mutig, wenn ich mir die Standardübungen angeguckt habe, die Ulrich gemacht hat, auch wenn er im Trainingslager nicht spielen konnte aufgrund seiner verletzten Hand, wenn Ulrich fit wäre, würde ich wirklich vielleicht sogar drüber nachdenken, wie damals unter Pal, hier vorne hin Mittelstädt zu setzen und Ulrich auf die Linksverteidiger-Position. Das wäre natürlich dann mega offensiv, andersrum kann Mittelstädt dann auch trotzdem gut zurückarbeiten, weil Ulrich hat noch kein Bundesligaspiel und Ulrich ist eben ein sehr, sehr offensiver Linksverteidiger. Ich weiß nicht, ob es dann auch zu mutig wäre. Wenn man sich Sandro Schwarz so angehört hat, der meint ja, ist ja kein Endspiel und so weiter, klingt es auch nicht gerade danach, als ob man jetzt auf Teufel komm raus, da früh in Führung gehen will und das Ding richtig ziehen will und da wie in einem Endspiel vorgeht, sondern dass man da schon vorsichtig vorgeht. Also ich glaube, das wäre so meine Aufstellung, gerade wenn man eben Jovetic hat, vorne mit drin, der eben nicht so viel gegen den Ball arbeitet. Kann ja auch sein, dass es ein Prinz ist, aber dann würde ich schon auf zwei defensiv orientierte Sechser setzen und da nicht noch einen Boetius hinstellen, weil Boetius für mich nicht der prädestinierte Sechser-Zweikämpfer ist, sondern eben eher so einer, der das Spiel aufbaut. Aber kann natürlich auch sein, dass es so schief geht und dass wir eben gerade, weil Bochum tief steht, eigentlich auf der Sechs Ehren Boetius bräuchten. Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich mal so probieren. Ihr könnt ja mal reinschreiben, mit welcher Aufstellung ihr agieren würdet. Natürlich wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das halte ich für so unrealistisch und der hat auch überhaupt keine Spielpraxis. Das ist sowieso nicht passiert. Man könnte auch überlegen, ob man neben Toussaint auf der rechten Sechser-Position mal Marton Dardai die Chance auf der linken Sechser-Position gibt, der eben trotzdem in Zweikämpfe geht. Er ist ja Innenverteidiger, aber eben auch das Spiel schön aufbauen könnte. Aber das wird sowieso nicht passieren, also brauchen wir darüber gar nicht reden. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da sieht man mal, wir haben sechs Spiele abgegeben trotzdem. Wir haben Iyuke und Luke Bakio fehlen. Trotzdem haben wir viele Alternativen. Ich bin mir sicher, dass Konga spielt. Gangham hat ja schon gesagt, ist auf jeden Fall wieder eine Alternative. Klang eher danach, als wenn er Wendern eingewechselt wird und überhaupt nicht danach, als ob er von Anfang an spielt. Konga hat auch eine gute Vorbereitung gespielt. Auch ich würde erst mal auf ihn setzen. Das ist natürlich auch bitter für den Gangkamp, bis jetzt noch Niederlechner gekommen ist, weil da wird er schwer haben, auf Spielzeit zu kommen. Es sei denn, Konga trifft gar nicht. Dann gibt es vielleicht die Möglichkeit für ihn. Ja, so würde ich spielen. Maulida für mich keine Alternative. Wird aber sicherlich in Frage kommen, um ihn einzuwechseln. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, dadurch, dass Iyuke und Luke Bakio aussehen, es wird für uns sehr, sehr schwer. Brauchen wir uns nichts vormachen. Luke Bakio war einer der essentiellen Spieler bei uns in der Hinrunde und hat natürlich nicht alleine. Wir hatten auch gute Zweikampfquoten. Wir haben ein gutes Umschaltspiel gehabt, aber Luke Bakio war schon das Entscheidende. Und jetzt wird man mal sehen, ob die Kritiker recht haben, dass wir uns eigentlich gar nicht verbessert haben, sondern dass wir einfach nur einen sehr, sehr starken Flügelspieler im Vergleich zur letzten Saison haben. Jetzt werden wir mal sehen, ob das wirklich alles an Luke Bakio lag in der Hinrunde. Unser Fortschritt, der ja punktemäßig gar nicht da ist, nur was wir gesehen haben, spielerisch und dass wir nur ein Spiel mit mehr als einem Torunterschied verloren haben, nämlich gegen Union. Das wird man jetzt mal sehen. Wie gut ist wirklich Richter? Wie wichtig war Luke Bakio? Ist der essentiell? Können wir ohne den nicht klarkommen, ohne Luke Bakio und Iyuke? Oder haben wir uns generell einfach verbessert und können eben auch nach so einem herben Ausfall von Luke Bakio trotzdem performen und trotzdem gewinnen? Was mich ein bisschen positiv stimmt, ist natürlich, dass wir auch in Augsburg, da hatten wir zwar Luke Bakio, der hat auch getroffen, aber das war auch in Augsburg in einem Spiel, was wirklich unterstes Niveau hatte, das trotzdem am Ende für uns entscheiden konnten. War ja der einzige Auswärtssieg bisher, den wir erst hatten. Das stimmt mich ein bisschen positiv, wenn ich ehrlich bin. Ja, schreibt mal gerne eure Wunschaufstellung rein. Ihr könnt ja auch gerne schreiben, was ihr denkt, wie Hertha spielt. Ich würde sagen, man muss auch nicht immer zwangsweise viel verändern. Ich würde es so machen und jetzt gehen wir mal rüber zu den Tipps für den 16. Spieltag. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ja, der Spieltag wird eröffnet durch das Topspiel Leipzig gegen Bayern. Ich muss sagen, ich glaube Sommer ist jetzt fast fix zu dem Bayern. Ist natürlich für Gladbach auch eine Schwächung, auch wenn sie jetzt einen Ersatz mit Omlin gleich holen werden. Bayern hat da gut drauf reagiert. Die brauchen auch gegen PSG, also nicht böse gegen Ulreich, aber da brauchen sie auf jeden Fall einen guten Torwart. Da haben sie mit Jan Sommer einen verpflichtet, der sie zur Weißglut in der Hinrunde gebracht hat. Schwer einzuschätzen. Die Leipziger sind echt gut durchgestartet am Ende noch. Haben natürlich, kommt auch darauf an, ich verfolge, muss ehrlich sagen, ich habe mich so viel mit Hertha in der Vorbereitung beschäftigt und ein bisschen noch mit Bochum, dass ich mich um die anderen fast überhaupt nicht geschert habe. Also das sind jetzt Tipps aus dem Bauch raus. Überhaupt nicht analytisch, wie das eigentlich ein Wetter vielleicht machen würde. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie im Gefühl, und das hatte ich ja auch schon im Stream mit Flo gesagt, dass Leipzig die Bayern da ärgern könnte und dass die dann richtig sauer in der englischen Woche werden. Ich habe das Gefühl, zu Hause mit dem anstrengenden Stadionsprecher gewinnt Leipzig gegen die Bayern 3 zu 2 und dann wäre es sogar, auch wenn, ganz ehrlich, ach komm, ich sage es jetzt nicht, ich muss es nicht jedes Mal erwähnen, aber dann wäre es sogar spannender für den Meisterschaftskampf. Dann hätte Leipzig nur noch drei Punkte Rückstand und dann muss Bayern wieder sich richtig Mühe geben in den vielen englischen Wochen, die noch folgen werden, wahrscheinlich für sie. Das glaube ich irgendwie. Hoffenheim, ja, gut in die Saison gestartet, mit Breitenreiter, aber irgendwie komplett nachgelassen. Immer weiter nach unten durchgereicht, zwischenzeitlich waren sie ja ganz oben mit dabei. Union, ja, sehr, sehr stark gestartet, dann irgendwann gleicht sich das halt auch aus. Die hatten ja deutlich mehr, deutlich weniger Expected Goals, also zu erwartende Tore aus ihren Torchancen, als sie wirklich Tore gemacht haben. Auch von den Punkten her habe ich mal Expected Points Tabelle gesehen, müssten sie eigentlich weiter unten stehen. Dennoch glaube ich, dass ihnen die Pause gut getan hat. Sie hatten, glaube ich, auch keinen, den sie zur WM abgeben mussten. Hoffenheim hat jetzt gerade Rütherr verloren, hat sich mit Dolberg verstärkt. Ich sage mal so, in der alten Försterei da kann ich mir eigentlich sehr schwer vorstellen, dass die Hoffenheimer da was holen. Fällt mir schwer, aber ich glaube, dass Union da mal wieder zu Hause mit einem 2-0-Sieg gegen die Hoffenheimer in die, ja, Rückrunde ist es nicht, in die Spiele nach der Winterpause starten wird. So, Eintracht Frankfurt, Colomuani, sogar bei der WM überzeugt. Es sind schon Ablösesummen von 100 Millionen im Gespräch von einem Spieler, der ein halbes Jahr am Start ist und Ablöse freikam. Wahnsinn. Die Frankfurter natürlich Ambitionen, um eben auch Spieler halten zu können für die neue Saison und auch vielleicht neue Spieler zu verpflichten auf die Champions League oder mindestens mal Europa League. Schalke, muss man sagen, tja, ich weiß nicht, wie es aussieht, Salazar wird noch nicht wieder fit sein, mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Bisher, Mollet auch abgegeben, jetzt nicht die Transfers getätigt, wo ich sage, boah, die werden ganz anders in die Rückrunde starten. noch sind sie natürlich nicht abgestiegen, haben neun Punkte, die müssten eigentlich langsamer Punkte holen, aber die haben natürlich ein derbes Auftragprogramm, erst in Frankfurt, dann gegen Leipzig, andersrum, keiner erwartet was von Schalke gegen Frankfurt, sodass sie vielleicht überraschen können, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn ich jetzt Geld setzen würde, würde ich auch niemals darauf tippen. Ich sage, das wird sogar richtig drastisch. Ich glaube, die Frankfurter werden da mit einem 4 zu 1 rausgehen, würde ich wirklich darauf tippen. Die Wolfe, ja, am Ende sich aus der Abstiegsregion verabschiedet, spielen zu Hause gegen Freiburg, aber auch mit sehr viel Glück, also auch wenn man da wieder diese erwartenden Punkte und erwartenden Tore anschaut, hatten auch Spiele, wo sie eigentlich überhaupt nicht am Spiel teilgenommen haben wie in Mainz und wo sie dann irgendwie 3-0 gewonnen haben. Ich glaube, dass die punktemäßig einfach am Ende überperformt haben. Für mich sind sie weithin nicht so stabil, wie es der Tabellenplatz aussagt. Die Freiburger hingegen wieder bestimmt sehr, sehr motiviert in die Rückrunde, haben eine tolle Hinrunde gespielt. Natürlich kann auch so ein Klub, der völlig überperformt wie Freiburg, mal eine längere Durststrecke auch nach einer Pause haben, aber das glaube ich irgendwie einfach nicht. Ich glaube, die Freiburger werden das nicht im Übermaßen, aber mit 2 zu 1 auswärts gewinnen und damit eben nah dran bleiben an den Bayern. Stuttgart gegen Mainz. Sehr schwer zu tippen. Für uns im Abstiegskampf wäre, glaube ich, am besten ein Sieg für Mainz oder aber ein Unentschieden, sodass Mainz nochmal unten reinrutschen könnte, wobei die mit 19 Punkten nicht mehr absteigen können, aber schon relativ weit oben angesiedelt sind. Ich glaube, VfB jetzt unter Bruno Labbadia werden die nicht absteigen. Ich hatte ja erst gesagt, ich könnte mir, Mainz ist ja auswärts stärker, und Mainz ist ja auch so ein Klub, immer, ich schätze, ich denke immer, die schaffen es nicht oder die gewinnen eh nicht, der gewinnt der Gegner und dann gewinnen sie doch. Also ich könnte mir schon so ein 2-1-Auswärts-Sieg vorstellen, aber die Stuttgarter zu Hause auch nicht schwach und jetzt mit diesem Trainer-Effekt mit Labbadia, da glaube ich irgendwie an einen 2-0 für den VfB. Köln gegen Bremen, ja in Köln mit Steffen Baumgart, die Kölner, denen ist ja wirklich die Puste ausgegangen, haben jetzt Selke verpflichtet, darauf wird es ankommen. Wie schlägt Selke ein? Ich kann mir ja wirklich vorstellen, dass Selke, wenn er irgendwo in der Bundesliga nochmal funktioniert, dann bei Köln unter dem Spielsystem von Baumgart, wenn die Flanken da reingeschlagen werden von Kainz und Co. Wenn, ich kann mir, also ich bin mir fast sicher, dass Selke ein Tor macht gegen Werder und auch gegen Hertha. Wird darauf ankommen, wie gut sind die Werderaner drauf, ich glaube, die haben ein Testspiel gegen Schalke mit 1-0 gewonnen, was sagt ein Testspiel jetzt aus? Haben weiterhin ihren Füllkrug behalten, der wird bestimmt auch eine Bude machen, der ist einfach so gut drauf, der hat so viel Selbstbewusstsein. Ich könnte mir aber vorstellen, weil Köln eben auch sich, naja, mit einer Niederlage sind sie wieder voll drin im Abstiegskampf, hat er ja schon vorher gesagt, als sie gegen uns verloren haben. Die haben jetzt wieder alle Akkus aufgeladen, in Köln ist schwer zu spielen. Ich glaube, irgendwie an ein 2-1 für die Kölner, aber andersrum muss man auch sagen, immer wenn ich gegen Werder getippt habe, haben sie am Ende gewonnen, also wird es wahrscheinlich genau das Gegenteil am Ende werden. So würde ich jetzt tippen. Dortmund gegen Augsburg, ja, also sorry, wenn Terzic jetzt hier auf Platz 6 jetzt in der Rückrunde nicht langsam mal anfängt, richtig zu performen, dann frage ich mich wirklich, warum den alle unbedingt zurückhaben wollten. Also das muss ein Sieg sein, da geht gar kein Weg dran vorbei. Die Augsburger haben auch mir die letzten, haben mich eigentlich spielerisch nicht in einem Spiel überzeugt, hatten natürlich den starken Sieg gegen Bayern und den glücklichen Sieg gegen Leverkusen, aber ich glaube, in Dortmund, also alles andere wäre eine Überraschung. Früher war es dann so, auch wenn Dortmund mal geschwächelt hat gegen kleinere Gegner zu Hause, hat man dann so ein Spiel 4 zu 0 gewonnen und ich glaube, so wird es auch wieder kommen. Wobei sie in letzter Zeit, die haben ja auch nicht so eine krasse Tordifferenz, auch nicht mehr diese hohen Siege einfahren konnten, obwohl ich tippe mal lieber auf 3 zu 0 für die Dortmunder. Und Gladbach gegen Leverkusen, ja, Gladbach ohne ja einen Sommer, Leverkusen, werden sowieso nichts mit dem Abstieg zu tun haben, haben sich unter Xabi Alonso gefangen. Ich weiß nicht, ob Würz jetzt schon spielen kann. Gladbacher mit Farke, mal gucken auch, was noch mit Thüram passiert, tja, schwierig einzuschätzen, haben auch in Bochum verloren, zu Hause sind sie eigentlich etwas stärker, zumindest was die Ergebnisse angeht, die wollen natürlich auch nicht den Anschluss nach oben verlieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass Leverkusen das Auswärtsding zieht. Ich weiß nicht, warum. Ich sage 2 zu 0 für Leverkusen. Ja, und jetzt kommen wir zu Hertha. Also über alles das, was ich gesagt habe, spricht natürlich viel dafür für ein Unentschieden. Zwei Mannschaften, die ähnlichen Fußball spielen, Kampfbeton spielen. Gut, Bochum ist heimstark, haben zehn Punkte zu Hause geholt. Wir haben auswärts nur vier Punkte geholt. Bochum ist zu Hause trotzdem Platz 15 mit diesen zehn Punkten, aber vor allem eben diese drei Siege in Folge, das wollen sie bestimmt ausbauen. Ja, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen 1-1. Aber wie gesagt, es kann sich auch eine Dynamik durch ein Standardtor oder ein frühes Tor entwickeln. Ich glaube aber, jetzt kommt hier gerade übrigens die offizielle Meldung, dass Sommer zu Bayern wechselt, dann glaube ich umso mehr an einen Sieg von Leverkusen. Ich glaube, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich 1-1 sagen. Aber es ist auch trotzdem alles offen, sage ich mal. Ich könnte mir auch einen Sieg für Bochum vorstellen. Das wäre natürlich ultra bitter in so einem Sechs-Punkte-Spiel. Da wirst du ja in so eine englische Woche sehr schwierig rein. Statt musst du dann direkt gegen Wolfsburg und Union eigentlich mindestens vier Punkte holen, Minimum, weil danach wird es ja auch nicht einfacher. Aber mit meiner Hertha-Brille und unter der Hoffnung, dass diese Vorbereitung unter Sandro Schwarz mit den vielen Spielern, auch wenn Luke Bakio fehlt, auch wenn die Juke fehlt, dass da ein Konga vielleicht mehr performen kann, dass ein Jovetic fit ist, dass ein Schernd vielleicht auch mal überraschen kann, dass ein Mittelstepp motiviert ist nach seiner Verlängerung. Dass ein Richter Bock hat, sich mal zu zeigen, weil er ja auch nicht über die Reservistenrolle rausgekommen ist, glaube ich einfach daran, dass wir mal irgendwie ein Standard-Tor machen und dann Bochum aufmachen muss, vielleicht mal einen Ausgleich macht. Ich tippe natürlich mit Hertha-Brille, aber kann mir schon gut vorstellen, trotzdem, dass es auch funktioniert auf einen 3-1-Auswärtssieg, unseren zweiten Auswärtssieg, der Hertha, was natürlich toll wäre, weil man dann sogar Augsburg hinter sich lassen könnte, die dann wieder richtig im Abwärtsstrudel wären und das, obwohl sie eben Geld ausgegeben haben im Winterfiel, uns ihren Niederlechner gegeben haben und natürlich mittlerweile auch andere Ziele haben, alleine vom Finanziellen her. Man wäre auch nur noch ein Punkt hinter den Hoffenheimern und hätte den Abstand zumindest mal auf zwei Punkte zum Platz 16, zum Relegationsplatz und vor allem eben sollte Stuttgart gewinnen, wäre das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit Stuttgart nicht an uns vorbeirückt, sodass man nicht so einen krassen Druck gegen Wolfsburg hat. Ich tippe ein 3-1, es wäre mega gut, es könnte mega viel auslösen, so ein Sieg, wenn du dann noch gegen Wolfsburg zu Hause unter der Woche irgendwie nicht verlierst, dann kannst du mit mega Motivation gegen Union reingehen, wenn du das irgendwie mal wieder hinkriegst, gegen Union zu gewinnen, was ja schon ewig nicht mehr der Fall war, dann kann so eine Rückrunde auch ganz anders laufen, dann kannst du auch mal eine Siegesserie starten, ich sage nur Jürgen Röber damals, so ist alles möglich. Ja, also ich würde 3-1 auf Hertha tippen, schreibt mal gerne euren Tipp rein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, für alle, die nach Bochum fahren, am Wochenende ganz, ganz stark supportet unsere Hertha gut, vielen Dank für euren geilen Support, Bochum geile Stadt, am besten ihr gönnt euch da eine Übernachtung und geht danach noch ins Bermuda 3, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank für den Support, wir werden hier ab 13 Uhr, 13.30 Uhr am Samstag streamen, da hatten wir ja schon ein halbes Jahr geplant, dass ich mal ein Spiel mit dem Flo zusammen angucke, wir machen Watchalong und vorher machen wir natürlich einen Talk, auch wenn wir heute schon einen Talk machen, machen wir vorher natürlich einen Talk, Samstag also so ab 13.30 Uhr Watchalong zum Spiel Hertha gegen Bochum, danach werden wir kurz offline gehen, ich werde mal ein Video machen und je nachdem, wie gut oder schlecht gelaunt wir sind und wie viel Zeit der Flo hat, vielleicht kommen wir dann abends zum Streamen sogar nochmal online, sodass es ein richtig langer Tag wird. Ja, ich wünsche uns einen richtig geilen Start in die, ich will mal sagen Rückrunde, in das Spiel nach der Pause, in die Spiele, in die englische Woche nach der Pause. Ich hoffe aufs Beste und bin mal wieder hoffnungslos optimistisch als Hertha-Fan, wie soll man es auch anders machen und ja, die Hertha könnte mir eine richtig krasse Woche und vor allem auch ein geiles Wochenende bescheren und uns allen. Danke für alle, die hinfahren, freue mich auf alle, die auch hier, die nicht hinfahren, die vielleicht hier im Stream dabei sein können, an alle, die arbeiten müssen, das ist natürlich bitter, habe ich auch schon einige gehört, ist eben so samstags mittlerweile fast ein normaler Arbeitstag in vielen Branchen. Also, lasst uns ganz doll die Daumen drücken, wir sehen uns heute im Stream, bis dann, hao hee, meine lieben Freunde. Wie ist es?